Spinning vs. Baitcast. Das ist hier die Frage. Was ist denn jetzt geiler? Was nutzt man für was? Wann kauft man sich Spinning und wann kauft man sich Baitcast? Das gucken wir uns jetzt an. Ja ihr Lümmels, diese Frage ist ja quasi ständig im Raum. Diese Frage steht ja quasi ständig im Raum. Was mache ich denn jetzt mit meinem Spinning Account oder ich habe jetzt Bock auf Spinning. Ich will jetzt da voll reingehen oder ich will von vornherein nur auf Spinning gehen. Auf was gehe ich denn? Gehe ich auf die Spinning Routen mit der Stationärrolle oder gehe ich auf Baitcast und habe dann da eben die Round Profile, die fetten Baitcast Rollen dran. Ja wir gucken uns die verschiedenen Sets einfach mal an, wie man im Idealfall startet und welche Schritte zum erfolgreichen Spinning die besten wären. Wenn man mit R4 startet, bekommt man direkt von vornherein eine Spinning Route gratis dazu. Man startet quasi mit Stippe und mit Spinning Route in das Game und die Spinning Route, die man bekommt am Anfang ist die Corona S60L. Und das Gerät, ja wenn wir uns hier in die Details mal so ein bisschen reinarbeiten, das Wichtigste ist es eben eine Leitroute. Leitrouten können maximal mit 2000er Rollen beangelt werden und sind natürlich auch dementsprechend leicht, also fein. Die sind jetzt nicht ganz so riesig groß, haben eine Tragfähigkeit von 2,5 Kilo jetzt hier in dem Fall, also eher eine kleinere Tragfähigkeit. Und dementsprechend geht man mit diesen Routen vielleicht tendenziell eher auch auf kleinere Fischis, bis hin vielleicht zum Belaya, wo es dann auf die Forellen geht. Und das funktioniert da auch ganz gut. Was ist noch wichtig, was ist ein noch wichtiger Punkt bei Light, Medium Light und Ultra Light Routen? Es ist hier das Wurfgewicht. Wurfgewicht von 2 Gramm in diesem Fall jetzt bis 10 Gramm ist halt fantastisch. Also grundsätzlich gesagt ist diese Anfängerroute, die man gratis von vornherein bekommt im Game, ist schon ein Sahnestück. Denn damit kann man jetzt schon direkt von vornherein, beziehungsweise dann eben ab Level 12 von vornherein am Belaya gut angeln. Ganz wichtig eben, dieses geringe Wurfgewicht von 2 Gramm, damit man am Fluss Belaya diese kleinen Spinner auswerfen kann. Und diese kleinen Spinner, ihr seht es hier, die liegen mal so bei 3, 2, 3, 4 Gramm. Hier manchmal sogar auch noch ein bisschen da drunter. Also es gibt eben diese ganz leichten, dünnen Spinner und die muss man eben auswerfen können. Und das ist eben nicht so einfach, wenn man das vergleicht mit normalen Spinrouten, die deutlich mehr Tragfähigkeit haben. Da hat man vielleicht ein Wurfgewicht minimal von vielleicht 10 Gramm oder 7 Gramm. Und damit bekommt man eben diese kleinen Köder nicht weit genug ausgeworfen, um dann eben erfolgreich angeln zu können. Bedeutet also, wir starten ins Game und haben bereits eine sehr gute Spinningroute zur Hand. Und mit dieser Spinningroute geht es dann, wie gesagt, ab Level 12 zum Belaya. Vorher kann man natürlich gerne auch am Windenbach auf Barsch gehen zum Beispiel. Das macht, das kann man schon mal machen, das macht vielleicht nicht so viel Sinn in diesem Low-Level-Bereich, weil man da viel besser noch Geld verdient, hier vielleicht mit Stippen oder mit dem Grundangeln. Aber grundsätzlich, wenn man sagt, okay, Spinning ist halt für mich das A und O, dann könnte man damit halt auch direkt schon starten und dann ab Level 12 am Belaya richtig gut Silber verdienen an dem Gewässer und da dann eben die Brocken rausziehen. Dann wird es allerdings auch Zeit, wenn man so die ersten Kuhlen verdient hat, dass man sich ein etwas besseres Set zusammenstellt. Ich habe es mir tatsächlich mal endlich gekauft. Ich hatte es schon lange vor und habe es immer aufgeschoben. Jetzt habe ich es mir auch endlich mal gekauft, das Belaya-Set sozusagen. Das Belaya-Set, was ich schon mehrfach in verschiedenen Videos auch vorgestellt habe. Das ist fürs, ja eigentlich kann man sagen, ab Level 12 oder 12, 13, wenn man in diesem Level-Bereich angekommen ist, eigentlich das ultimative Set für, ja eigentlich auch noch für Low-Budget. Man liegt hier knapp unter 1000 Silber oder es sind glaube ich um die 800, 900 Silber mit allem drum und dran und kann damit einfach super am Belaya angeln, hat nicht so viel Verschleiß und ganz wichtig eben ein super Wurfgewicht von, also Wurfgewicht von 3 Gramm. Das heißt hier, wir kriegen auch diese Spinner um die 3 Gramm super rausgeballert und dazu kommt eben eine Bremskraft und eine Tragfähigkeit halt von 6 Kilo. Wenn man das hier noch ein bisschen höher schrauben würde, ich meine so wahnsinnig hoch muss man es gar nicht schrauben. 5 Kilo Schnur, 5 Kilo Vorfach ungefähr reicht eigentlich gänzlich aus am Belaya. Auch jetzt im hochleveligen Bereich bin ich auch gerne mit Ultralight natürlich am Belaya unterwegs und habe da in der Regel auch nicht mehr an, also nicht ein stärkeres Vorfach. Also deutlich mehr bin ich da auch nicht unterwegs. 5,5, 4, noch was an Vorfach reicht völlig. Also fassen wir nochmal die wichtigsten Punkte zusammen für dieses Low-Level-Set, was man allerdings natürlich auch später noch im leichten oder mediumleichten Angeln immer noch weiter verwenden kann. Aber eben ab Level 12 kann man es verwenden bis ins hohe Alter sozusagen. Wir haben den Vorteil 3 Gramm Wurfgewicht. Ab 4 Gramm ist schon schlecht. 3 Gramm ist die Grenze. 2 Gramm wäre halt noch besser. Aber da büßen wir zum einen Tragfähigkeit ein und zum anderen büßen wir Schnurkapazität ein, weil wir keine 3000er Rolle mehr verwenden können. Und natürlich auch Bremskraft büßen wir ein. Das sind eben diese drei Komponenten, die dieses Set so genial machen. Das heißt, kleines Wurfgewicht auf ordentlich Tragfähigkeit mit guter Bremskraft und vierte Komponente tatsächlich auch noch viel Schnurfassungsvermögen. Wenn man sich das jetzt hier anschaut, ist es natürlich ein bisschen übertrieben. Man könnte hier durchaus auch mit einer anderen Schnur noch rangehen. Hier passen gerade von dieser 0,1 mm starken Schnur 500 noch was Meter drauf. Wir haben ja nur 300 Meter drauf. Das heißt, wir könnten hier vielleicht sogar, habe ich vielleicht sogar noch eine Mono hier. Nehmen wir mal eine 5 Kilo Mono-Schnur. Selbst das würde immer noch richtig gut funktionieren. Am Belaya 142 Meter Mono-Schnur. Super günstige Schnur. Sehr anfängerfreundlich. Und wenn man dann irgendwann sagt, okay, ich kaufe mir vielleicht nochmal eine bessere, eine geflochtene, dann lübt das natürlich auch. Auch die hier immer wieder zu empfehlen, diese Schnüre. Extra Silk sind sehr dünn. Und ihr seht hier, 380 Meter passen theoretisch drauf. Wir haben 350 Meter hier auf der Spule. Und Gib ihm. Also auch das funktioniert hier wunderbar. Das macht, wie gesagt, dieses Set so genial. Und im Vergleich zum Baitcast, da kommen wir dann aber gleich halt zu, preislich. Und wie gesagt, von der Kapazität her eigentlich unschlagbar. Wenn man nach diesem Set dann sich denkt, okay, jetzt ist man so auf dem Weg in Richtung Level 20, 22, möchte mal so langsam in Richtung Schleppen kommen, kann man natürlich auch mit dieser Route, mit der Linea hier, durchaus auch am Kuori schon schleppen. Da dann einfach die gleichen Köder verwenden, die ihr am Belaya verwendet, heißt also die kleinen Spinner, am Kuori verwenden. Einfach hinten mit rauswerfen und dann damit schleppen. Ihr bekommt dann natürlich auch ab und zu mal ein paar dickere Brocken ran und müsst dann ein bisschen mehr in den Drill reingehen. Ist aber kein Problem, man schafft das auch am Kuori mit diesem Set dickere Brocken rauszudrillen. Im Großen und Ganzen allerdings nicht so ganz zu empfehlen, weil dadurch natürlich auch der Verschleiß enorm nach oben geht. Deutlich besser dann fürs Drillen und Schleppen ist dann hier dieses Gerät. Die Super Duty S88H hat einfach auch da jede Menge Vorteile. Zum einen der Preis für die Route liegt bei knapp unter 1000 hier am Voltio, 900 noch was. Silber hat immer noch ein sehr gutes Wurfgewicht, ideal für verschiedene Blinker. Zum Beispiel ganz klassisch immer die Hunter Serie, Hunter 1. Hunter 1, das ist immer eine ideale Serie auch für den Anfang, auch wenn man da anfängt mit dem Schleppen, lohnt sich das. Hunter 1 Serie, wie gesagt mit 26 Gramm oder 25 Gramm ungefähr und hier haben wir eben das Wurfgewicht von 14 bis 70 Gramm. Passt also perfekt da rein. Tragfähigkeit ist hier richtig dick. Das ist das Schöne bei der Route, die können wir später auch noch ganz gut verwenden, wenn wir uns irgendwann mal eine bessere Rolle gegönnt haben. In dem Fall verwende ich sie noch mit der Alpha 8000, 14 Kilo Tragfähigkeit. Wenn ihr sagt, okay Alpha 8000 muss jetzt nicht sein, ich habe jetzt hier die HSV, könnt ihr natürlich auch machen. HSV allerdings tendenziell eher mit einer Monoschnur bestücken, wenn man dann hier, gucken wir mal eben, haben wir was passendes. 12 Kilo ist ein bisschen low, 19 Kilo würde auch noch ganz gut funktionieren. Eine 0,45er, also eine ziemlich dicke Schnur, hier in dem Fall 19 Kilo Tragfähigkeit. 200 Meter Schnur sind immer noch drauf dann auf der HSV, dann natürlich mit dem Vorfach ein bisschen drunter gehen hier ruhig. Das passt sogar ganz gut hier gerade vom Set und dann kann man hier richtig schön am Limit angeln. Einfach natürlich auch perfekt fürs Schleppen. Ich habe mir das Teil damals zweimal gekauft, damals gab es die HSV noch nicht, ich habe die mit der Alpha dann geangelt und habe da so einiges rausgezogen mit. Und später habe ich dann da die Tagara draufgeklatscht, war also hier mit einer deutlich übertriebenen Rolle unterwegs. Nichtsdestotrotz habe ich mit dem Prügel dann hier und deutlich zu schwerem Setup einen dicken Wels mit über 80 Kilo rausgepumpt. Also auch das funktioniert. Das Teil ist robust, man kann es super nutzen, wie gesagt, fürs Schleppen. Es gibt nochmal die Steigerung von der Super Duty, nochmal eine höhere Variante mit mehr Tragfähigkeit. Da ist allerdings der Nachteil, dass das Gerät ein sehr hohes Wurfgewicht hat. Und wir wollen ja am Anfang, wenn wir jetzt hier überlegen, in dem Bereich sind wir hier vielleicht jetzt bei Level 20, Level 22 unterwegs. Da geht es dann auch los, dass man so langsam in Richtung Hechtangeln auch geht. Und dafür ist diese Route auch richtig genial, macht richtig Bock eben. Man hat zum einen von der Bremskraft her, ist man genau in diesem Bereich, wo die Hechte auch noch schön in so einen leichten Drill reingehen, richtig schön abziehen. Aber man kriegt sie eben auch noch gut gebremst. 14, 15 Kilo vom Setup ist dann schon richtig gut. Fürs Hechtangeln natürlich immer ein schönes dickes fettes Stahlvorfach nehmen. Vielleicht hier so ein 30 Kilo Stahlvorfach dran klatschen. Da ist es dann auch nicht wichtig, dass das Set richtig zusammengebaut ist. Wenn ihr da an die Hechte rangeht, achtet darauf, dass eure Bremse richtig eingestellt ist, dass da nichts abreißt. Und hier ist es dann einfach nur wichtig, dass euch das Vorfach nicht durchgebissen wird. Hechte sind die einzigen Fische, die euch das Vorfach durchbeißen können oder die Schnur durchbeißen können. Von daher sollten wir da mit dem Stahl rangehen oder wenn ihr dann irgendwann soweit seid und euch Fluorocarbonvorfächer oder Vorfächer selber herstellen könnt, dann kann man das natürlich auch machen. Hier wäre jetzt ein 35 Kilo Tragfähigkeitsvorfach aus Fluorocarbon mit einer Dicke und da ist die Dicke entscheidend und nicht unbedingt die Tragfähigkeit. Mit einer Dicke von 0,8 Millimeter. Da kommt der Hecht dann auch nicht durch. Das sind so die drei wichtigsten Schritte. Auch das können wir ja nochmal kurz zusammenfassen. Also wir starten mit der Corona im Spinning-Bereich im Low-Level bis hin zu Level 12, 13, 14, dass man da am Belaya ein bisschen Kohle verdient. Dann geht es weiter. Dann wird quasi nach ein, zwei Keschern vom Belaya, länger dauert das wahrscheinlich nicht, weil das einfach zu viel, zu gut Kohle bringt. Das schafft man innerhalb von wenigen Keschern. Dann hat man hier knapp 1000 Silber zusammen. Gönnt sich die Linea S 68 Medium Light Route mit der Dragon 30 S, also mit der 3000er Rolle, 6 Kilo an Bremskraft. Und danach geht es so langsam in Richtung Spinning, in Richtung der dickeren Brocken. Man kann dann auch hier am Voltio natürlich auch zum Schleppen gehen. Hier auf die Atlantischen Lachse kann man mal oder auf die Ladoga Lachse kann man jetzt mal testen. Auch da ist es dann wieder kritischer, weil die Brocken ziehen halt übelst ab und gehen natürlich dann deutlich mehr in den Verschleiß rein. Nichtsdestotrotz lohnt sich das ab und zu mal oder es macht ja auch einfach Bock. Man will ja auch mal ein paar dicke Brocken drillen. Das Gerät hält es in jedem Fall aus, die Super Duty S 88H. Und dann bleibt es euch natürlich überlassen. Wollt ihr zwischendurch mal ein bisschen auf Karpfen gehen und aber hauptsächlich Spinning machen, dann vielleicht eher eine Alpha kaufen. Dann sagt ihr euch, okay, ich will im Endgame tendenziell mehr auf Karpfen gehen. Karpfen ist so mein Ziel. Ich will nur ab und zu mal selten mal so den einen oder anderen mit rausziehen beim Spinning oder auf Hecht oder sowas auch mal gehen. Dann einfach natürlich die HSV kaufen mit 22 und dann einfach so kombinieren, wie jetzt hier gerade aufgebaut. Ja, wenn man das soweit erreicht hat, wenn man in diesem Level-Bereich dann halt ist, hat man die Basics schon mal. Man hat sämtliche Möglichkeiten bis hin zu den dicken Brocken, wie gesagt, auch mit der Super Duty. Und dann geht es so langsam los, dass man sich auch spezialisiert. Bis in diesem Anfangsbereich, also ich sag mal bis 20, Mitte 20, da ist es so, dass man vielleicht zusieht, dass man alles kann. Dass man sich nicht so viele Sets kauft, nicht zu speziell wird. Wenn man sich überlegt, dass man für jeden Fisch oder für jede Angelmethode sich extra was kauft, so viel Silber kann man gar nicht verdienen. Deswegen anfangs eben diese Allrounder, zum einen Allrounder-Routen, zum anderen natürlich auch Allrounder-Rollen und dann wird man irgendwann spezieller. Zum einen wäre hier eine spezielle Route die Vexilla SF66MH. Die Vexilla, ihr seht es wahrscheinlich direkt, hat hier komplett Spezialisierung mit den Werten plus 3 immer auf die ganzen Gummi-Montagen. Das heißt also auf diese Finesse-Montagen, beziehungsweise auf die normale Jig, auf das Kickback Texas Rig, Dropshot, auf Carolina Rig und auf Vecchi Rig. Heißt also hiermit haben wir ideal oder die ideale Möglichkeit eben diese Gummifische hier zu verwenden in verschiedensten Variationen. Ob das jetzt dieses ist oder ob wir hier auf Vecchi Rig gehen, egal was. Das ist einfach hier, das ist einfach eine ideale Route speziell fürs Jiggen oder eben für die Führung von irgendwelchen Gummiködern. Auch hier ganz geiles Wurfgewicht. Ich nutze diese Route natürlich nicht nur für die Gummi-Montagen, sondern häufig auch für die ganz normale Kunstkühler-Montage. Wenn wir uns das hier mal eben anschauen vom Zusammenbau, auch sehr, sehr gerne für den Yama. Also das Teil hält natürlich auch einiges aus. Gerade mal schauen. Für den Yama baue ich das gerne mal so in diesem Bereich hier zusammen und dann kommt hier ein dicker Blinker dran und gib ihm. Deswegen ist natürlich kein Problem mit dieser Route auch solche schweren Köder rauszuwerfen. Wobei wir da tatsächlich schon am anderen Ende des Wurfgewichts an die Grenze schon fast stoßen. Und es gibt auch tatsächlich Köder, die ich hiermit kaum rauswerfen kann oder gar nicht rauswerfen kann. Da komme ich tatsächlich am oberen Limit des Wurfgewichts an die Grenzen. Das untere Limit des Wurfgewichts ist allerdings mega gut. Denn es gibt speziell auch für den Yama Köder, die eben mit einem sehr leichten Wurfgewicht richtig gut funktionieren. 12 Gramm jetzt hier in dem Fall. Ein bisschen gepimpt natürlich durch einen besseren Haken, einen etwas schwereren. Aber damit und einem Wurfgewicht von 7 Gramm kommt man hier natürlich hervorragend raus. Oder auch die verschiedenen Köder, hier die verschiedenen Spinner mit 12 Gramm, funktionieren natürlich hiermit auch ganz hervorragend. Und das klappt dann natürlich auch super am Yama, wenn man hier im höheren Levelbereich unterwegs ist, ist das soweit ein sehr, sehr geiles Set. Wenn ich hier aufs Schleppen gehe, ändere ich das noch ein bisschen um. Da nehme ich dann doch gerne auch noch meine Tagara mit drauf. Fürs normale Spinning, fürs normale Auswerfen oder fürs Angeln am Yama, finde ich dann passt das hier mit der Beluga Bestia richtig gut. 24 Kilo Tragfähigkeit, damit sind auch schon einige Könige rausgezogen worden, Königslachse. Also das ballert zwar alles ganz gut rein, aber das Set ist soweit recht robust. Die Schnur muss mal wieder aktualisiert werden, aber im Großen und Ganzen hält das Ganze richtig viel aus. Und natürlich dann spezialisiert hier auf Saiblingsangeln, auf das ganze Jiggen. Auch hier ab und zu man natürlich auf Hecht oder sowas kann man ja auch mit dem Jig testen. Funst funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Aber auch, ja ich sehe gerade hier auch für Wobbler und Co. Also für alle Methoden wirklich ein Sahnestück, eine Rolle bzw. eine Route, die man wirklich vielseitig verwenden kann. Noch weiter spezialisiert, ja noch weiter spezialisiert sind wir dann quasi hier mit der Black Edition. Habe ich mir tatsächlich zwei Stück geholt und zwar nur fürs Schleppen. Handhabung der Wobbler, plus zwei auf Wobbler. Ich nutze die äußerst selten fürs normale Auswerfen und Angeln, wobei das Wurfgewicht auch hier ganz gut ist. 42 Gramm, ja da ist selten was so schwierig. Robustheit extra hart und mit einer ganz ordentlichen Power ausgerüstet. Das heißt da kann man auch ordentlich was dran rumpumpen. Da kann man ordentlich reingehen in den Drill. Und eben mit dem plus zwei auf den Wobblern, ja das schmeckt. Dicke fette Tagara drauf geballert, ordentlich Schnur drauf für den langen Drill. Und schweres Vorfach natürlich, dass man beim Schleppen, wenn man jetzt hier so einen teuren Köder hat, so einen Snatcher, wo dann jeder Haken dann vielleicht auch nochmal 30 Silber kostet. Und das Ding selbst glaube ich auch irgendwie bei 30 Silber ist. Also 120 Silber will man mal nicht eben verlieren. Von daher gerne natürlich auch bei dem dicken Schleppen hier den selbstgemachten, die selbstgemachten dicken Vorfächer drauf, Fluorocarbon mit einer Dicke von 0,8. Also schön viel Tragfähigkeit bis sicher sozusagen vor Hechten. Und dann kann man damit ordentlich und entspannt schleppen gehen. Auch jetzt an den größten Gewässern funktioniert das natürlich dann richtig gut. Ja und wo wir gerade beim Thema der Spezialisierung sind, kommen wir dann eben tatsächlich in den Bereich, dass man dann ab einem gewissen Levelbereich oder wenn man halt immer höher wird vom Level und sich immer feiner spezialisiert, weil man hat ja schon die Basics, dass man dann erst in den Bereich kommt und sagt, okay, ich bin zum einen vom Spinning und vom Level im Spinning schon so weit, dass ich dann irgendwann die Jerkbait-Routen freigeschaltet habe. Dann kaufe ich mir doch irgendwann auch mal eine Jerkbait. Und ja, da gibt es einige Jerkbaits auch zu kaufen. Ich habe mich irgendwann für diese entschieden, nicht zuletzt wegen dem Plus Eins auf die Jerk-Montage. Ich habe mir gedacht, komm, Alter, wenn ich jetzt investiere, dann schon wieder mit so einem Bonus sozusagen da drauf. Das muss passen. Und eben auch ganz wichtig, auch hier wieder das Wurfgewicht im Blick behalten. Die meisten Köder, die man verwendet oder die man regelmäßig verwendet, sind zum einen hier die Ripper-Jerk, die immer wieder super funktionieren. Ihr seht hier das Wurfgewicht um die 60 Gramm. Dann gibt es natürlich auch noch ein paar selbstgemachte, auch hier wieder um die 60 Gramm. Aber es gibt eben auch die etwas leichteren, hier so um die Mitte 20, 20, 30 Gramm. Die will man auch mal rauswerfen. Bis hin zu den ganz großen um 90 Gramm herum. Die haben dann natürlich schon ordentlich Gewicht. Und das will man, wie gesagt, eben auch im Idealfall halt alles abdecken. In dem unteren Levelbereich oder unteren Wurfgewichtsbereich bin ich da manchmal zu weit dann drunter. Finde ich gar nicht so wild, weil es seltenst vorkommt, dass ich beim Hechtangeln maximal auswerfe. In der Regel werfe ich, ich sage mal, ich lade den Balken so 20 nach, maximal so bis halb vielleicht auf, werfe dann einfach locker raus und ziehe dann und schicke dann da einfach locker durch. Also so maximal auswerfen kommt eh quasi nicht vor. Von daher so weit, wenn ich halt mal einen zu kleinen Köder dran habe, hier sagen wir mal jetzt hier mit 17 Gramm, dann lade ich den halt maximal auf und komme trotzdem noch genauso weit, wie ich eben mit einem passenden Köder eben auch weit werfen würde. Das gleicht sich dann eigentlich immer wieder ganz gut aus. Tja, was ist hier wichtig? Wir haben hier natürlich jetzt bei der Spezialisierung, bei den Jerk-Routen, die Notwendigkeit regelrecht. Es gibt keine Jerk-Routen mit Stationärrollen. Das heißt, in dem Fall müssen wir irgendwann mal auf Baitcars gehen. Da haben wir gar keine andere Wahl. Da sind wir dann aber auch wie gesagt halt schon sehr spezialisiert. Es geht gezielt auf Hecht. Das ist auch die Route, mit der ich kaum etwas anderes mache, als eben auf Hecht gehen. Ich habe schon einige Male jetzt auch auf Lachs und sowas probiert. Es steht ja immer mit drin in der Beschreibung zum Jerk, dass es eben auch für die großen Raubfische zählt. Bisher ohne Erfolg. Also für mich Jerk komplett nur für Hecht. Was gar nicht schlecht ist. Hecht bringt ordentlich Kohle rein. Mit Hecht kann man richtig gut eben auch alles, was man hier investiert hat, wieder rausholen. Hechtangeln macht auch einfach Bock. Ein sehr schön kampfstarker Fisch, der eben auch geil einfach immer wieder reinballert in die Köder. Also Hechtangeln ist schon sehr, sehr spaßig. Und deswegen habe ich mir das halt irgendwann mal gegönnt. Wenn wir uns hier jetzt die Komponenten noch mal im Detail anschauen. Wir haben hier eben die Route mit einer sehr kräftigen, also sehr viel Power. Wir haben sehr viel Pumpkraft sozusagen drin. 54 Kilo Tragfähigkeit, komplett zu viel. Aber besser zu viel als zu wenig. Und dann natürlich hier dementsprechend eine dicke, fette Baitcast-Rolle drauf. Mit einer 6000er Spule. 18 Kilo Bremskraft ist da jetzt drauf. Das ganze Gerät ist ein bisschen modifiziert, also ein bisschen gepimpt mit einem neuen Kugellager, einer besseren Bremse und natürlich Öl, was optimiert ist auf Baitcast. Und da gibt es zu den Rollen allerdings auch noch einen ganz wichtigen weiteren Punkt. Wir haben hier einen versteckten Wert sozusagen, den wir bei allen Round-Profile-Rollen beachten müssen. Hier sehen wir die zulässigen Rollenarten. Wir könnten hier tatsächlich auch eine Low-Profile-Rolle drauf machen, Round-Profile oder wie gesagt hier die konventional. Also bei all diesen Rollenarten gibt es einen versteckten, in Anführungszeichen, aber auch sehr wichtigen Wert. Und den haben wir hier in den Details. Das Wurfgewicht der Rolle. Bedeutet also, wenn wir jetzt uns eine Rolle kaufen oder wir stellen uns ein Fantasieset zusammen, wie wäre es denn, wenn man das mit dem kombiniert, achtet man halt gerne mal nicht da drauf. Und wenn man sich das dann kauft, und hier ist ein schlechtes Wurfgewicht drauf, kann das den Spaß richtig vermiesen. Denn ihr bekommt dann die leichten, wenn wir jetzt hier im Light- oder Ultralight-Bereich unterwegs sind, bekommt man zum Beispiel die leichten Kühler nicht mehr rausgeworfen. Katastrophe, viel Geld ausgegeben, natürlich schon benutzt. Man kann es nicht mehr zurückgeben und man stellt fest, es funktioniert nicht. Also da ganz wichtig drauf achten. Wir gehen da gleich natürlich im Detail nochmal bei BaitCars drauf ein. Und da werden wir eben sehen, wie viele Rollen es wirklich gibt mit einem passenden und guten Wurfgewicht. Das wird nämlich schon ein bisschen schwierig. Gut ist, dass man es jetzt mittlerweile in der Werkstatt alles ein bisschen modifizieren kann, ein bisschen verändern kann. Das hilft. Da wird sich bestimmt einiges machen lassen und optimieren lassen. Aber so, wie man die Rollen häufig kauft, sind sie oftmals ein bisschen schwierig. Fürs Hechtangeln alles kein Problem. Wir haben dicke, fette Köder, eine dicke Rute dazu. Alles wunderbar. Funktioniert also alles easy. Und wenn man dann eben eine Bremse hier oder eine Rolle hat mit einem relativ leichten Wurfgewicht, hier jetzt gerade bei 13,5 Gramm, also überhaupt kein Problem. Deutlich unter dem Wurfgewicht der Rute. Die Dinger, die fliegen halt easy. Also so aus dem Handgelenk, richtig schön weit raus. Die Köder, gar kein Problem damit. Ja, nun haben wir das eine Extrem und wir haben jetzt hier das andere Extrem. Also, das eine Extrem, wobei so ganz extrem ist es nicht. Es gibt natürlich noch mehr Steigerung in dem Bereich. Wenn wir dann in den konventionellen Rollenbereich sind und so weiter, das ist natürlich dann noch dicker. Aber ab hier wird es halt schon übelst speziell. Noch spezieller dann tatsächlich das Ultra Light Angeln. Hier in dem Fall jetzt das Set mit der Legend CF66UL und der Simon Jet Series JSX HSR als Rolle. In Kombination quasi mein Ultra Light Set, was ich auch schon seit einigen Jahren so fische und einigermaßen oder mehr oder weniger ja manchmal misshandle, weil es natürlich auch, ja, die müssen halt ordentlich was aushalten. Ultra Light Angeln ist wirklich Angeln am Limit. Bedeutet also mit diesem feinen, kleinen, dünnen Setup versucht man natürlich trotz allem so dicke Fische wie nur möglich rauszuziehen. Wofür das Ganze? Auch das ist absolut etwas, was so, ja, fürs High End eigentlich nur noch gedacht ist. Wenn man keine anderen Sorgen mehr hat, wenn man beweisen will, was man für ein geiler Typ ist, dass man einen 10 Kilo Fisch auf, ja, so einem dünnen, leichten Setup rausgepumpt hat oder von mir aus einen 50 Kilo Fisch, wenn man so irre ist. Ja, dann kann man das natürlich gerne machen. Dann macht das natürlich auch irgendwo Bock, muss man ja auch sagen. Aber nötig ist das nicht. Wenn man jetzt denkt, Alter, jetzt bin ich am Belaya und ich habe noch kein Ultralight Set, aber das braucht man ja. Oder man ist an der Tunguska am Seitenarm und man braucht ein Ultralight Set. Alles zu beangeln mit den ersten zwei vorgestellten beiden Sets. Also selbst beide zusammen kosten keine 1000 Silber. Und mit diesen Sets könnte man tatsächlich eben auch entspannt am Belaya, wie gesagt, angeln oder auch an der Tunguska. Absolut möglich. Ultralight hat natürlich, tja, hat natürlich ein paar Vorteile auch. Jetzt hier nicht nur eben die Boni da drauf, plus 100% EP Bonus. Handhabung von Wobbler ist jetzt hier nochmal mit drauf. Spin Fischen allgemein nochmal plus 5% auf den Spinning. Das heißt, ich bin jetzt quasi mit der Route bei 105% im Spin Fischen. Ja, schmeckt, macht auch Bock. Man muss natürlich auch beachten, wie gesagt, gerade der Verschleiß ist recht hoch. Und hier warte ich jetzt im Moment noch ein bisschen. Das Ding ist noch nicht modifiziert und optimiert. Hier werde ich erstmal noch ein bisschen weiter den Verschleiß runterjubeln. Und dann gibt es da natürlich auch nochmal speziell ein Video zu zur Optimierung und zur Verbesserung der verschiedenen Komponenten. Bin ich auch sehr gespannt, was da noch alles geht. Schmierung sehe ich hier schon gerade. Das ist schon bald ziemlich weit runter. Schmierung grundsätzlich. Ein ganz wichtiger Punkt beim Baitcast. Denn die Schmierung verbraucht sich beim Auswerfen und beim Einholen. Stationärrollen verbrauchen die Schmierung nur beim Einkurbeln. Weil es beim Rauswerfen ja von der Spule oben einfach runter, sich runterdreht. Und bei Baitcast ist es halt so, dass sich hier in der Mitte die Spule halt befindet. Und egal bei welcher Bewegung sozusagen, wird die Spule halt gedreht. Dreht sich alles. Man verliert quasi die ganze Zeit. Ja, oder man hat die ganze Zeit Abrieb. Und ja, man hat Ölverlust die ganze Zeit. Macht das Ganze natürlich auch zusätzlich nochmal wieder ein bisschen teurer. Aber, denn das hier mit dem Schmieren, das ist schon regelmäßig, dass man da mal wieder die Schmierung nachballert. Und je nach Schmierungsart und je nachdem, was man so da geangelt hat, geht das auch relativ schnell auch runter. Dementsprechend natürlich auch, je nachdem, wie schwer man halt reingeht, wenn man jetzt mit diesem Set hier auf dicke Brocken geht und ständig im Drill ist, auch da freuen sich natürlich entsprechend halt die Bremsen. Die leiden dann natürlich auch dann ordentlich darunter. Also alles in allem ist Ultraleitangeln natürlich geil, wenn man den Skill hat, wenn man ausreichend Kohle hat, wenn man gerne in den Rekorden stehen möchte, um zu zeigen, was man für ein geiler Hecht ist. Und ja, wenn man einfach Bock hat, so ein bisschen auf eine Challenge, dann kann man das natürlich super machen. Dann macht Ultraleitangeln Sinn. Für alle anderen, die immer noch am Hungertuch nagen und sagen, hmm, was kaufe ich mir denn bloß als nächstes? Ach, ich habe heute mal Lust auf Ultraleit. Ne, macht halt überhaupt keinen Sinn, weil man kann es zum einen nicht finanzieren, man hat eh keinen Plan von der ganzen Materie, wie man ordentlich drillt und so weiter und so weiter. Von daher, fangt an mit den Basics und dann Schritt für Schritt in die Spezialisierung rein. Macht deutlich mehr Sinn. Wenn wir uns jetzt hier von diesem hochwertigen Set einfach mal kurz umdrehen in den Shop und wir gucken uns einfach auch mal hier bei den Rollen, ja, zum einen die Stationärrollen an. Das ist ja das Gerät, was ich für das Belaya-Set gerne empfehle. 360 Silber bei 6 Kilo Bremskraft, eine 3000er Rolle. Das schmeckt natürlich schon ganz gut, wenn wir was Vergleichbares uns angucken. Leichtes Profile, 6 Kilo Bremskraft. Fangen wir hier an bei 1800 Silber. Dazu kommt das Wurfgewicht. Nicht ideal. Sind wir schon ein Stückchen drüber. Das heißt, ein ganzes Gramm weniger, 2,9 wäre ideal. Und da kommen wir lange nicht hin. Geschweige denn, warte mal, die hatten wir gerade schon. Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt hinkommen in dem Levelbereich hier. 3,8, 4,5 vom Wurfgewicht, 3,7. Also ihr seht, es ist übelst schwierig. Hier 3,1, da würde ich sagen, da kann man langsam mal einsteigen. Aber ideal ist halt anders. 2,7, das Teil hier schmeckt. 2,7 Gramm. Sieht aber auch geil aus, hier mit dem Holzgriff. Also das wäre halt durchaus eine Möglichkeit. Kostet auch nur 4,800, verfügbar ab Level 26. Also ihr seht, oder ich hoffe ihr seht, dass alleine das schon schwierig ist. Eine passende Rolle zu finden, die man auch noch kaufen kann, im Low- oder im Mid-Level. Und die dann natürlich auch noch die Leistung erbringt. Und das, das muss man halt einfach mal vergleichen. Selbst wenn man jetzt das unperfekte Gerät jetzt hier nimmt und im Vergleich zu der, zu der Rolle, zu der Stationärrolle, ich meine, da sind wir bei, ja, 360, das ist halt deutlich entspannter und deutlich leichter auch zu erangeln im Anfang. Heißt also, bevor ich mir eine Angelrolle in diesem Bereich kaufe, könnte ich mir ja theoretisch ja auch fünfmal die Stationärrolle hier kaufen, auch wenn die irgendwann komplett durch ist. Wobei eben auch, und das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, Reparaturkosten sich aufbauen und ergeben aufgrund der Kaufkosten. Das heißt, eine Route oder eine Rolle zu reparieren, wir können ja mal hier reingucken, jetzt mit 360, das kostet halt ein Appel und ein Ei und wenn man sich dann so ein Stückchen hier kauft, mit 60, 70.000, dann kostet das halt in der Reparatur so wahnsinnig viel. Ich wollte mir das Teil ja gerne holen, bin dann aber doch davon weggegangen und werde mir dann doch eine Stationärrolle kaufen für mein für mein Welspumpset. Ich kaufe mir einfach eine Venga, gehe also auf die Stationär, kaufe mir dann eine Venga mit 32.000 Schnäppchen sozusagen, kaufe mir dazu eine passende Route, eine Spinning Route natürlich, dann hier, wo ist sie, die Ultima in dick und fett, habe also, ist es die, ist es, habe hier eine dicke, fette Route mit ordentlich Power drauf und, ja gut, Tragfähigkeit sowieso genug und kann dann diese beiden Geräte schön kombinieren. Einmal die Venga und einmal hier jetzt die Ultima als Rolle und habe einfach vom Verschleiß her, von den Reparaturkosten her, nicht mehr, diese Bürde sozusagen zu tragen, dass ich dann nach ein paar, paar Mal Wälzdrill und Pumpen so übelst in die Reparatur muss und sich das Ganze halt im Endeffekt gar nicht mehr lohnt. Und dazu kommt natürlich auch mit dieser dicken, fetten Rolle, die kann ich dann einfach mal auf mein Karpfen-Set irgendwie draufpacken, also meine Karpfenruten einfach mal draufpacken und habe dann die Möglichkeit vielleicht auch mal auf dem Stör zu gehen oder ähnliches. Heißt auch da wieder zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und ja, das Geld, das Wenige und was man halt so schwer verdient hier so einigermaßen sinnvoll, hoffe ich doch, angelegt. Das war's, würde ich sagen, im Großen und Ganzen zu Baitcast vs. Spinning. Ich hoffe, das Ganze hat dir so einigermaßen geholfen. Wenn ja, gerne den Kanal abonnieren, Glocke reinballern, nicht vergessen und wenn ihr Fragen habt, gerne natürlich unten in die Kommentare reinschreiben oder ins Discord kommen, da die Kommentare reinschreiben, Link dazu ist unterm Video und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Petri. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.